Das sind zwei junge Typen, die sind 24-7 eingespannt, wie es in der Schifffahrt so schön heißt. Dachte ich mir aber, Reederei, da muss man reingeboren werden, das kann man nicht gründen, das ist wie eine Bank, sowas gibt es einfach. Die gehen ja mit anderen Leuten Geld um, dass sich auch so viel mit dem Geld umgehen und man hofft auch, dass das gut geht. Ja, hoffentlich werden wir da irgendwann zum Ersten und Zweiten, das haben wir ja schon, das Dritte möglicherweise dann morgen. Alexander Tebbe und Lucius Bunk haben ausgerechnet in Krisenzeiten eine Reederei gegründet. Mit zwei Schiffen ist Auerbach Schifffahrt noch die kleinste Reederei in Hamburg, einem der größten Schifffahrtsstandorte der Welt. Mehr als 120 Reedereien haben ihren Sitz in der Hansestadt. Wer hier seinen Firmensitz an den berühmten Balindamm legt, unmittelbar neben Hapag-Leuth, will sich bestimmt nicht verstecken. Hamburgs kleinste Reederei will größer werden, auch wenn das eigene Büro mit seinen 20 Quadratmetern und dem Fenster zum Hof eher an eine Abstellkammer erinnert. Die Reederei wächst. In zwei Tagen soll bereits das dritte Schiff in Rotterdam ersteigert werden. Dabei haben sie ihr erstes Schiff, Maple Ingrid, gerade vor ein paar Wochen das erste Mal gemeinsam besucht. Hast du schon aufgespielt? Ja, hab ich mal wieder drauf. Dann komm ich rum. Dann haben wir für die Jungs nachher gleich was, was wir ihnen zeigen können. Für mich war es das erste Mal, dass ich das Schiff gesehen habe und eben nicht den ganzen Tag im Büro, sondern wirklich zu wissen, das ist das, wofür wir Schifffahrt machen. Um Ladung von A nach B zu transportieren, um diese Schiffe auch mal zu erleben und selbst an Bord zu sein, selbst von der Brücke runter zu schauen und zu sagen, das ist doch super, wie es hier läuft. Und ja, hoffentlich werden wir da irgendwann zum ersten, ein zweites. Das haben wir ja schon. Das dritte möglicherweise dann morgen Ziel in den nächsten drei, vier Jahren daraus zehn zu machen und das erste bleibt immer ein ganz, ganz besonderes. Das kann man ganz, ganz sicher so sagen. Noch ist der Firmenwagen ein Golf. Luzius Punk und Alexander Tebbe haben ihr gesamtes Geld in ihre Firma gesteckt. Vor der Versteigerung fahren beide nach Leer in Ostfriesland, dem zweitgrößten Reedereistandort Deutschlands. Hier wollen die beiden zu der Firma, die die Befrachtung eines ihrer Schiffe vornimmt. Die Brise Schifffahrts GmbH und Co. KG betreibt eine eigene, sehr erfolgreiche Charterfirma, BBC, bei der die beiden ihr zweites Schiff in einem guten Befrachtungsvertrag untergebracht haben. BBC macht einen Jahresumsatz von 1,1 Milliarden. Vielleicht kann Auerbach Schifffahrt ja auch das dritte Schiff zu guten Konditionen an BBC verschartern? Rolf Brise ist nicht nur Kapitän und vielfacher Schiffseigner. Für die beiden Youngster ist er eine der seriösen und kampferprobten Partner, die die junge Firma gerade in ihrer Anfangsphase braucht. Wohlen Sie beide jetzt direkt in Hamburg oder? Ich wohne neben Hagenbecks Tierpark. Achso, wunderbar. Auch direkt in Hamburg inzwischen. Gerade umgezogen, ist aber jetzt sehr angenehm, weil mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren werden kann. Dann habt ihr auch so viel Geld, als müsst ihr ja mit dem Porsche zur Arbeit fahren. Es ist immer noch der Golf und ich glaube, es wird auch noch ein bisschen bleiben. Heute wollten wir vor allem vorbeikommen, um mal zu hören, wie das mit dem Schiff, das wir jetzt gemeinsam auf den Weltmeeren unterwegs haben, bisher gelaufen ist. Nichts ist so volatil wie Schiffer, das haben wir nur alle erlebt. Die Bull Carrier, die haben mal zu guten Zeit, die so Cape Sizer, 180.000 verdient, 180.000 Dollar per Tag. Und heute liegen die bei 11 und 8. Die Rahmenbedingungen in der Schifffahrt sind nicht nur für Rolf Brise schlecht. Der hohe Ölpreis, zu viel Frachtraum, geringe Frachtraten und Banken, die keine Kredite mehr geben wollen, sorgen für magere Gewinne. Da wird um jeden Chartervertrag hart verhandelt. Bei einem Gesamtumsatz von etwa 1,1 Milliarden, der Rest bleibt dann für die Charter und für die Schiffe. Und Sie haben ja auch sehr gute Charterverhandlungen. Wir haben das auf unserer Gesellschafterversammlung auch eben durchgesprochen, wie das sich im Ganzen darstellt, mit dem Schiffsankauf, mit der Charterrate und so weiter. Und unsere Gesellschafter haben auch gesagt, okay, wenn das heute die Situationen sind... Sie haben das ganz geschickt gemacht. Er hat ja so ein bisschen die Ähnlichkeit von Sven seinem Sohn. Er ist ja Sympathieträger. Von Ostfriesland ins Emsland. In Haren, der Heimatstadt von Alexander Tebbe, gibt es nicht nur Regen. Auch Haren ist mit mehr als 40 Reedereien ein bedeutender Schifffahrtsstandort. Darunter einige gute Freunde, mit denen Auerbach gerne zusammenarbeitet. Also fahren die beiden zum Admirals Cup, dem Fußballturnier der Emsland-Reedereien, bei dem man dabei sein sollte, wenn man in Haren mitspielen möchte. Allerdings sind sie durch das Schietwetter etwas spät dran für den geplanten Zwischenstopp bei Alexanders Mutter. Hallo ihr beiden. Seid ihr endlich da? Prima. Das freut mich aber. Hallo. 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 Ihr seid gut hier. Wie war Ihr gefeiert? Gut. Prima. Wir haben es ein bisschen eilig jetzt, weil wir schon ein bisschen spät dran sind. Mit seinem Fußball geht er um 14 Uhr los. Aber eben Kacke könnt ihr doch noch trinken. Oder Tee doch. Das wird ein bisschen knapp. Wir legen eben mal die Sachen oben ab. Alles klar. Und dann kommt mal wieder runter, ich mach euch trotzdem eben was. Ne? Okay. Also man muss sich erstmal mit dem Gedanken abfinden, so viel Geld überhaupt. Die gehen ja mit anderen Leuten Geld um. Dass sie auch sorgfältig mit dem Geld umgehen. Und man hofft auch, dass das gut geht. Gerade in der heutigen Zeit ist es doch sehr schwierig. Weil mit der Schifffahrt geht das auch ein bisschen den Bach runter. Und ich hoffe, dass das klappt. Und ich hoffe auch, dass die beiden so bodenständig bleiben. So, wir gehen los. Ja, dann tschüss ihr beiden. Tschüss. Schönen Tag, wünsch ich euch. Und dann bis heute. Tschüss. Ja? Wieder vor. Danke. Wir haben Spaß davor. Ich komm nachher auch noch vorbei und werd mich das mal anschauen. Ja? Tschüss. Tschüss. Drei Schiffe in nicht mal zwei Jahren. Mit einem Investitionsvolumen von vielen Millionen Euro. Da ist der Hinweis der Mutter auf die Bodenständigkeit vielleicht gar nicht so schlecht. Manchmal ist nicht der gelieste Sportwagen, sondern der schnelle Fußmarsch die effektivste Art von A nach B zu kommen. Die passende Dienstkleidung muss nicht immer Maßkonfektion sein. Es gibt eben viele Wege, die zum gemeinsamen Ziel führen. Der eine neben, der andere auf dem Spielfeld. Und während der eine auf dem Rasen kämpft und sich mächtig für seine Mannschaft ins Zeug legt, trifft sich der andere mit alten Kumpels. Mit den Schiffsmanagern Jan und Bernhard Held organisiert er beiläufig die Zukunft. Das dritte Schiff, sollten sie es ersteigern, wird einen neuen Anstrich bekommen. Dazu muss Tebbe das Dock schon heute reservieren. Ich wollte nur kurz fragen, weil ich jetzt gerade mit Jan und Bernhard Held hier zusammenstehe. Wir sprechen gerade die Dockung für nächste Woche durch. Und ich wollte nur fragen, wie das ist, ob sich die andere angemeldet haben. Auch fürs Seeschiffsregister und so weiter, dass wir dann mit der Eintrag anfangen können. Ein Anruf aus gut informierten Kreisen. Ob sie in Rotterdam einen Mitbieter haben werden, ist für die Räder wichtig. Bestimmt den Preis und entscheidet am Ende über den Gewinner. In der Endphase, volle Konzentration. Selbst am Tag vor der Versteigerung wissen beide nicht, ob sie Erfolg haben werden. Aber dass sie grundsätzlich nicht nur auf dem Sportplatz, sondern auch in der Krise und im fernen China gewinnen können, wissen Lucius Bunk und Alexander Tebbe sehr genau. Was sich gerade in der Krise gezeigt hat, ist, dass viel schnelles Geld verdienen, heute rein, morgen raus und 25% Rendite doch sehr mit dem Thema Citigroup und Lima Brothers zu tun hat. Das war nun genau das, mit dem wir uns nicht identifizieren wollen, sondern eher mit Vernunft, Fleiß und hansiatischem Anstand. Mit außergewöhnlichen Sprachkenntnissen und moderner Kommunikationssoftware beobachten sie nicht nur den chinesischen Markt, auf dem sie schon bald eine Auerbach-Dependence gründen wollen, sondern auch die Bewegung ihrer Schiffe, mit denen sie ständig in Kontakt stehen. Wenn man hier auf Auerbach-Schifffahrt klickt, sieht man eben hier unseren Facebook-Account, wo wir regelmäßig Sachen posten, die rund um Auerbach-Schifffahrt, rund um die Schifffahrtswelt im Allgemeinen passieren. Unter anderem eben auch hier ein kleines per Handycam gedrehtes Video aus Passachis. Wie man hier sieht, liegt das Schiff gerade in Südamerika, beziehungsweise an der karibischen Küste. Hier in Katagena ist, wie man hier sieht, in Kolumbien. Und wir haben das Schiff hier in Aruba ersteigert, und das fährt ja gerade in einer Charter bei BBC in Lea. Und die erste Reise ging hier oben nach Houston, in den Golf von Mexiko, und ist dann beladen nach Katagena gefahren, wo es eben derzeit entlädt und auf die nächste Reise wartet. So unterschiedlich die beiden auch in ihrem Temperament sein mögen, so sehr ähneln sie sich in der Leidenschaft für die eigene Reederei. Es ist ein anderes Grundgefühl. Man steht im Risiko, und das ist für mich der Inbegriff von Verantwortung. Und das ist was, was ich immer wichtig fand, quasi wirklich selbst in der Verantwortung zu stehen, Verantwortung zu übernehmen und bereit zu sein, die Konsequenzen zu tragen, wenn es eben nicht läuft. Moin. Moin. Hallo. Hi. Moin. 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 Hallo. Na? Eitel? So, hier, komm mal rum. Simon. Moin. Hallo. Lucius Bunk und Alexander Tebbe planen ihre Schritte sehr genau. Auch wenn am Tag vor der Versteigerung in Rotterdam viele Dinge gleichzeitig erledigt werden müssen. Da bleibt für die beiden neuen Praktikanten im Einraumbüro nicht nur extrem wenig Platz, sondern auch sehr wenig Zeit. Sie dürfen umgehend die Stallwache übernehmen und den beiden in den kommenden Stunden den Rücken freihalten. Was sagt ihr, wenn ihr gefragt hättet, wer ihr seid? Wir putzen die noch. Nein, natürlich nicht. Okay, bis später. Bis später. Früher waren für junge Räder Banken wichtig. Heute ist es das Geld privater Investoren. Alexander Tebbe pflegt die guten Kontakte der Reederei. Er besucht die privaten Geldgeber, gerade auch jetzt vor dem Kauf des dritten Schiffes. Mittlerweile braucht ein Investor eine halbe Million Euro, wenn er Gesellschafter von Auerbach Schifffahrt werden möchte. Und in einer Stadt wie Hamburg gibt es sehr viel privates Geld, das darauf wartet, angelegt zu werden. Barbara Karan ist Mitgesellschafterin von Auerbach Schifffahrt und eine aus dem Umfeld dieser wohlhabenden Privatpersonen, die als Geldgeber der jungen Reederei ihr Eigenkapital zur Verfügung stellen. Es ist gut zu sehen, wie souverän und charmant Alexander Tebbe nach außen wirken kann, wenn es im Inneren brodelt. Leichte Anspannung kann ich da nicht verhehlen, muss ich schon durchaus sagen. Obwohl, Sie können es jetzt nicht mehr so stark beeinflussen. Um 10.30 Uhr treffen wir uns mit dem Anwalt, um das Prozedere durchzusprechen. Das ist ja, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, eine Reverse Dutch Auction, die von oben runtergezählt wird. Okay, ja, da haben wir drüber gesprochen, ja. Da muss man sich so ein bisschen taktisch aufstellen, wie man sich dann da verhält in der Auktion. Da sprechen wir morgen noch kurz durch, um 10.30 Uhr. Ja, und dann kriegen Sie gegen Mittag einen Anruf von uns. Ist ja ein Schwesterschiff zum ersten und es ist etwas, wo wir jetzt auch wieder eine Zeit-Charter verhandelt haben. Ich denke mal, das ist mir das Wichtigste, dass wir einen Charter haben, nicht? Ja, ohne Beschäftigung. Ist es denn auch kein Ziel? Ist ja so ein bisschen dieses Thema, was wir immer sagen, dass man auf der einen Seite immer einen sehr, sehr großen Fokus auf Tonnage gelegt hat, auf das Schiff selbst, auf die Finanzierung, aber eben Fracht und Ladung, das, was der eigentliche Geldbringer in der Schifffahrt ja ist, so ein bisschen vernachlässigt wurde. Das ist ein Ziel, da hinzukommen. Es ist sicherlich mit ein, zwei und auch noch mit drei Schiffen sehr schwierig umsetzbar. Aber ja, da gehen wir zusammen mit Ihnen so den einen und den anderen Schritt nach und nach. Und dann schauen wir mal. Eben Ruhe auf die zehn Schiffe zu. Fünf Jahre zehn Schiffe. Ja, das ist doch ein gutes Ziel, oder? Ja, dann drücke ich die Daumen und freue mich morgen von Ihnen zu hören. Auf jeden Fall. Gegen Mittag bekommen Sie einen Anruf von uns. Sehr schön. Prima. Vielen Dank. Dankeschön für Ihre Zeit. Lucius Bunk hat mit seinen 33 Jahren bereits eine eigene Familie. Seine Frau Andrea hat er vor acht Jahren kennengelernt. Gemeinsam waren sie mehrere Jahre in Asien, als Lucius Bunk dort für eine Hamburger Reederei arbeitete. Sein jüngster Sohn Jasper kam vor dreieinhalb Jahren in Shanghai zur Welt. Wie lange seid Ihr eigentlich jetzt schon hier? Ach, zwei Monate sind wir hier. Zwei Monate? In Werden. Und fühlt ihr euch schon angekommen? Ja. Wir sind hier in Winterhude zu Hause. Wir sind eher zurückgekommen. Angekommen war nicht die Frage. Zurückgekommen war es vorher in Shanghai. Und Winterhude ist nicht ganz so quirlig, aber trotzdem schön lebhaft. Und jetzt vor Rotterdam nochmal extrem viel weniger Zeit? Ja, vor den Schiffsankäufen, wenn es denn zu einem Schiffsankauf überhaupt kommt. Also auch bei den Verhandlungen merkt man das schon spürbar, dass es weniger Zeit ist. Ja, auf jeden Fall. Und fieberst du mit? Ja, ziemlich. Nicht nur ich. Wir haben einen gesamten Freundeskreis, der mit fieberst, der dann immer informiert werden möchte, sobald es soweit ist. Und ja, als wir in Shanghai noch waren und Lucius mir erzählte, er hat jetzt vor, eine Schifffahrtsgesellschaft zu gründen. Schifffahrtsgesellschaft denkt man immer gleich Reederei. Ja, dann dachte ich mir aber, Reederei, da muss man reingeboren werden. Das kann man nicht gründen. Das ist wie eine Bank. Sowas gibt es einfach. Ja, und ist jetzt ein bisschen anders gelaufen. Ja, dann fieberst du mit. Sag mal, der Anzug? In draußen, an der Treppe. Okay. Danke. Ups, da gehen die jetzt hier. Hallo? Luzus, komm gleich runter. Ich will den Schatz. Kommt ihr mit, Jungs, ich muss los. Tschüss, du bist. Ich gehe nach Rotterdam. Ich will den Schatz. Ich gehe mit, ich bin mit. Du bist mit? Ja, das wird nicht gehen. Es ist, ich versuche das nächste Schiff zu kriegen. Und wenn das klappt, dann gehen wir zusammen auf das Schiff, okay? Ja. Ja? Willst du auch mal der Kapitän sein, Jasper? Ja? Ja? Tschüss. 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 Fast fünf Stunden und exakt 501 Kilometer von Hamburg nach Rotterdam. Zeit zum Nachdenken. Also, jetzt alle Vorzeichen zu kennen, hätte schon mit sehr, sehr viel Pech zu tun, wenn es nicht klappt. Aber ich bin nicht bekannt dafür, den Tag vor dem Abend zu loben. Das möchte ich auch an dieser Stelle nicht tun. Wir müssen es überraschen lassen und wir müssen uns das anschauen. Ich bin selber sehr, sehr gespannt. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie in einem Gerichtssaal. Ich habe nicht mal eine Vorstellung davon, wie das aussehen könnte, was es da erwartet, wer uns da erwartet. Ich bin positiv eingestellt. Ich glaube, dass es eine realistische Chance gibt, dass Auerbach Schifffahrt morgen Nachmittag drei Schiffe hat. Aber, ja, die Flasche Bier kaufen wir erst danach, würde ich sagen. Trotz aller Zuversicht. Die Reedereibranche steckt momentan weltweit in ihrer tiefsten Krise. Was, wenn die Zwei-Mann-Reederei scheitert? Es ist ein Szenario, mit dem ich mich nicht auseinandergesetzt habe, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es gibt für alles immer Lösungen. Wenn Auerbach als solches in Schwierigkeiten gerät, was durchaus vorstellbar ist, dann habe ich einen Partner an der Seite, der sehr kreativ ist, mit dem ich gemeinsam nach neuen Optionen innerhalb dieses Schifffahrtsuniversums mich umschauen kann. Und ich denke, dass man unter der Auerbach-Flagge durchaus vieles gestalten kann. Es sind nur noch wenige Kilometer und eine sehr kurze Nacht in preiswerten Doppelzimmern bis zur Versteigerung des Schiffes. Der entscheidende Morgen. Vor der Versteigerung haben sich die beiden noch auf ein kurzes Strategiegespräch mit ihrem holländischen Anwalt verabredet. Für eine Auktion in Rotterdam braucht man als deutscher Reda eine holländische Kanzlei. Wenn man sich so gar nicht kennt, könnte das ein Problem sein. Aber die Chemie stimmt. Und die Fakten sind schnell besprochen. Hallo. 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 Wir haben uns seit dem Anfang der Woche gedacht, dass die Auktion ein sehr speziell Event ist. Wir haben entschieden, dass wir alle zusammenkommen. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich werde nur 10 Millionen aufbauen und sie werden wahrscheinlich die Auktion für ein paar Minuten. Alle gehen nachher. Und dann wird alle zurückgekriegen. Und wir gehen zur zweiten Phase. Im Auftrag von Auerbach wird der Anwalt 10 Millionen bieten. Und nur er, nicht einer der beiden, darf aufspringen und die Hand heben. Da sollte eigentlich auf dem kurzen Weg zum Gericht nicht mehr viel schief gehen. Ein paar Meter Stadtführung, ein wenig Smalltalk, um die Anspannung zu lockern. Und schon haben sie Wilhelmina Plain 125, das Gerichtsgebäude von Rotterdam, erreicht. Doch ein kleines Problem gibt es noch. Wo ist die Anmeldung der Praktikanten? Irgendwie und irgendwo auf der Strecke geblieben, sozusagen. Ohne offizielle Anmeldung dürfen auch die nettesten Menschen nicht in einen Gerichtssaal. Das wird ja eine spannende Geschichte. Die Spannung steigt. Dank ihres Smartphones können die Praktikanten zumindest auf einem Foto sehen, was sie drinnen nicht miterleben. Mal sehen. Guck mal, so sieht das da aus. Das ist auch nicht schlecht. Das sieht aber glücklich aus. Ja. Hoffentlich klappt das jetzt auch. Und? Schiff ahoi? Yes! Jawoll! Glückwunsch! Glückwunsch! Dankeschön! Es saßen vier Menschen mit Robe vorne und haben das Ganze auf Holländisch erklärt und erzählt. Und wir saßen hinten und dachten, okay, was auch immer die da jetzt erzählen. Und die Richterin hat viele kritische Fragen gestellt, ob das jetzt alles so sein müsste, was am Ende da passiert. Und ja, nicht zu verstehen, was die zu erzählen, ist auch eine spannende Erfahrung. Und irgendwann stand einer auf mit einem Hammer in der Hand und hat dann angefangen, von oben runter zu zählen. Guckte sie in den Raum. Irgendwann stand unser Anwalt auf, hob die Hand. Der Richter schlug zu. Und er guckte sich an und war fröhlich. Das dritte Schiff von Auerbach liegt vor Rotterdam auf Räde. Der Weg dorthin führt die jungen Räder durch den größten Hafen Europas. Hallo Herr Tebbis! Hallo Frau Karah! Na? Sie lachen, das hört sich ja gut an. Genau, das hat auch nie rot. Hat alles geklappt, ja? Genau, wir haben das Schiff bekommen, wir haben es ersteigert. Ja, und jetzt sind wir natürlich sehr, sehr glücklich darüber. Na, das ist so. Und dann auch zu dem Preis, den Sie sich vorgestellt hatten. Genau zu dem Preis, zu dem wir uns vorgestellt hatten. Ihnen an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank auch für die Unterstützung auf dem Weg dahin. Und ja, wir werden dann auch nochmal im Detail berichten, was dann am Ende passiert ist, wenn wir wieder da sind. Ja, wunderbar. Freue ich mich. Vielen Dank für den Anruf. Danke Ihnen, Frau Karah. Tschüss dir! We don't wanna check our IDs? Here's the time being. No, no, no. Trotz Rostschäden am frisch ersteigerten Schiff sind die Räder von ihrem Kauf überzeugt. Sie wissen, dass die Substanz stimmt. Das haben sie schon lange vorab von erfahrenen Schiffsingenieuren prüfen lassen. Stolz tragen sie sich das erste Mal als Eigner in das Logbuch ihres Schiffes ein. Jetzt genießen sie an der Seite des Wachhabenden die ersten Momente auf der Brücke. Wow. No, no, no. Please. I'm waiting to try to say something now. Welcome everybody on board of the Maple Lear. This is not for the camera. Im entscheidenden Moment haben Alexander Tebbe und Lucius Bunk einen neuen Schiffsnamen parat. Und die eigene Auerbach Flagge. Das sieht gut aus. Eine Woche später. Der Rost ist weg. Das Trockendock wird geflutet. Und das neue Schiff hat die sprichwörtliche Handbreit Wasser unter dem Kiel. Wie findet ihr meine graue Farbe? Die ist schick. Also ich finde die Kombination einfach. Und ich habe 5 Euro weniger bisher. Ja, ich weiß. Fünf Euro pro Liter, wie viel Liter gehen da drauf? Das sind ungefähr 10.000, nicht ganz. 10.000 Liter. Das heißt, wir haben 5.000 Euro gespart. Nee, wir haben 10.000 Euro. 10.000 Euro gespart. Das Startkapital für das vierte Schiff sollte damit schon mal klar sein. Und die Richtung fertig? Ja, wir müssen. Sonst können wir das nicht machen. Okay. Und haben wir einen Zentimeter gefunden? Ja, haben wir noch. Sehr gut. Ja, ich bin mir so krass. Ja, ich bin ja сегодня. Ja, ich bin ja gar nicht aufgerollt. Ich weiß nicht, weil ich nicht hierover mir ausgelistet habe. Ich bin ja gar nicht aufgerollt. Also, ich bin ja gar nicht aufgerollt, Untertitelung des ZDF, 2020